Hallo Leute, mit iPadOS 13.4 bekommt das iPad nun endlich eine offizielle Mouse- und Trackpad-Unterstützung. Das Update wird laut Apple am 24. März erscheinen, vermutlich am Abend um 19 Uhr herum, und in diesem Video zeige ich euch wie immer alles, was ihr über das Update wissen müsst. Bevor ich zum Highlight dieses Updates komme, zeige ich euch noch ein paar andere Veränderungen, die sich unter iPadOS 13.4 finden lassen. Wenn ihr zusammen mit dem iPad eine Tastatur benutzt, wie zum Beispiel das Smart Keyboard oder Tastatur von einem anderen Hersteller, dann geht ihr in den Tastatureinstellungen zu Hardware-Tastatur und habt jetzt hier den neuen Bereich Sondertasten. Ihr könnt jetzt nämlich für diese ganzen Tasten, Command, Option, Wahltaste, Befehltaste und so weiter, festlegen, was wirklich passieren soll, wenn auf diese Taste gedrückt wird. Soll es auch das sein, was man sich normalerweise von der Taste erwartet, oder soll es irgendwas anderes sein? Die Fotos-App hat jetzt einige neue Tastatur-Shortcuts hinzubekommen. Um diese Shortcuts bzw. Tastaturkürzel einzublenden, müsst ihr einfach die Command-Taste gedrückt halten und egal, wo ihr gerade seid, speziell für diesen Ort werden euch dann die Shortcuts angezeigt. Und da wurden jetzt in der Fotos-App an verschiedenen Orten neue Shortcuts hinzugefügt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier so ein Foto im Vollbildmodus geöffnet habe, stehen mir jetzt hier neue Möglichkeiten zur Verfügung. Zum Beispiel habe ich das Foto gerade dupliziert, mit Command-E kann ich jetzt direkt in die Bearbeitung wechseln bzw. die Bearbeitungswerkzeuge einblenden und mit der Löschen-Taste könnte ich das Foto jetzt löschen. Aber was mir hier nicht so gefällt, ist, dass ich das jetzt nicht noch irgendwie bestätigen kann. Ich muss dann mit dem Finger zum Display hin und auf Foto löschen gehen. Ich kann da nicht Enter drücken, ich kann nicht nochmal löschen drücken, das geht einfach nicht. Ohne Tastatur-Shortcut muss ich einmal auf das Display tippen, dann oben auf den Papierkorb gehen und dann auf Löschen. Jetzt ist es immerhin etwas angenehmer geworden, indem ich einfach auf Löschen drücke und dann oben auf Foto löschen gehe. Aber wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass ich da auf der Tastatur noch zum Beispiel Enter drücke oder irgendetwas, damit ich dann nicht mit dem Finger noch extra zum Display hin muss. Denn das hätte ich mir hier eigentlich gewünscht. Ja und damit komme ich auch schon zum Highlight dieses Updates. Mit iPadOS 13.4 ist es jetzt möglich, das iPad mit einer Maus oder einem Trackpad zu bedienen. Diese Funktion steht auf allen iPads zur Verfügung, die iPadOS grundsätzlich unterstützen. Und dabei werden nicht nur Magic Trackpad und Magic Maus unterstützt, sondern auch Mäuse von anderen Herstellern, sowohl Bluetooth als auch USB-Mäuse. Ich mache das Ganze jetzt mal über das Magic Trackpad. Um eine Maus oder ein Trackpad zu verbinden, geht ihr einfach in den Einstellungen zu Bluetooth, müsst dann das Gerät in den Koppelungsmodus versetzen, im Fall des Magic Trackpads es einfach einschalten oder aus- und einschalten und dann wird es hier eigentlich auch gleich angezeigt. Und wenn man drauf tippt, wird es mit dem iPad verbunden und man kann es auch schon sofort verwenden. Wie ihr seht, der Cursor ist hier auch schon erschienen. Unter Allgemein gibt es jetzt dann hier auch den Punkt Trackpad. Und da kann ich jetzt die Empfindlichkeit der Zeigerbewegung festlegen. Das kennen wir auch von einem Computer. Ich habe hier auch die Möglichkeit, die Scrollrichtung einzustellen. Soll ich also hier natürliche Scrollen haben oder die invertierte Variante davon? Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und dann habe ich hier noch die Option Klick durch Tippen. Das heißt, wenn ich irgendetwas anklicken möchte, dann muss ich es dann nicht richtig anklicken, sondern ich kann einfach nur drauf tippen. Auch diese Einstellung kennen wir vom Mac und ich finde es super, dass das Apple jetzt hier auch beim iPad hinzugefügt hat. Unter Bedienungshilfen, da kann ich auch noch festlegen, ob der Cursor nach einer gewissen Zeit ausgeblendet werden soll. Hier sind jetzt zwei Sekunden eingestellt. Das heißt, nach zwei Sekunden Inaktivität verschwindet der Cursor einfach. Und sobald ich wieder irgendetwas mit dem Trackpad oder der Maus mache, erscheint der Cursor wieder. Es ist ebenso auch möglich, die Größe des Cursors einzustellen. Mit der Geste, wo ich alle meine Finger zusammenziehe, das kennen wir auch schon vom Mac, komme ich in diese Ansicht hier, nämlich in den App-Switcher. Wenn ich mit drei Fingern nach oben mische, dann kann ich eine App verlassen. Das ist genauso, wie wenn ich mit einem Finger vom unteren Rand des Displays nach oben mischen würde. Aber nicht verwechselnd, beim Mac ist es ja so, dass ich dann in die sogenannte Mission-Control-Ansicht komme. Beim iPad ist es eben App verlassen. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass sich der Cursor immer an den Hintergrund anpasst. Jetzt ist er zum Beispiel dunkel geworden und jetzt wird er wieder heller. Finde ich auch ganz nett. Wir öffnen euch das Control-Center. Wenn ihr mit dem Cursor da oben ins rechte Eck hingeht, seht ihr vielleicht, dass der Cursor in so eine Fläche umgewandelt wird. Und dann müsst ihr nur einmal auf das Trackpad oder auf die Maus tippen oder klicken und dann kommt ihr direkt hinein. Um die Benachrichtigungen einzublenden, mit dem Cursor einfach an die obere Kante gehen und dann noch einmal nach oben wischen. Ich zeige es euch. Ihr geht an die Kante, nochmal nach oben wischen und dann seid ihr hier in dieser Ansicht. Und das gleiche macht ihr auch nach unten hin und dann kommt ihr wieder zum Homescreen zurück. Ich denke, das Ganze muss man auch einfach mal selber ausprobieren, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass der Cursor sich immer an bestimmte Elemente auf dem Display anpasst. Das heißt, wenn ich jetzt auf eine App draufgehe mit dem Cursor, dann wird der Cursor zur App sozusagen und ich habe die komplette App schon, ja, ich sage mal, in der Hand mit meinem Cursor. Etwas ähnliches passiert auch, wenn ich meinen Cursor auf einen Text bewege. Dann wird aus diesem Kreis nämlich so ein Strich genau das, was wir auch beim Computer bekommen, wenn wir uns eben auf ein Textfeld oder auf Text herum bewegen. Und das kann ich dann einfach markieren, mit einem Sekundärklick diese Buttons oben einblenden und auch da sehen wir wieder, dass der Cursor in diese Buttons dann so umgewandelt wird. Und was ich auch machen kann, ist den Text dann einfach nehmen und irgendwo anders hinschieben. Und ich finde, das Ganze läuft schön flüssig und funktioniert schon wirklich ganz gut. Wenn ihr mit dem Cursor ans untere Ende des Displays geht, wird der Stock eingeblendet. Und auch da wird der Cursor wiederum in diese Apps dann eben umgewandelt und ich kann dann jetzt eine App auswählen, sie dann zum Beispiel in die Split View Ansicht ziehen oder in diese Ansicht hier. Und hier ist es ja möglich, dass ich mehrere Apps fallen lassen kann, um dann zwischen ihnen immer zu wechseln. Beim Trackpad muss ich einfach mit drei Fingern nach links oder rechts wischen oder mit drei Fingern nach oben wischen, um dann in diese Ansicht hier zu wechseln. An dieser Stelle möchte ich euch nochmal zeigen, wie sich der Cursor immer an die Gegebenheiten anpasst. Mir gefällt das nämlich wirklich gut, ich finde das super umgesetzt. Wie ich vorhin schon gesagt habe, das läuft schön flüssig und einfach sehr angenehm ab. Und ich finde einfach, dass es eine gute Idee ist, das so auf dem iPad umzusetzen. Wenn ihr auf eine App einen Sekundärklick macht, dann wird dieses Menü hier eingeblendet. Also genauso, wie wenn ihr mit dem Finger länger draufbleiben würdet. Wenn wir in Safari auf einen Link oder einen Button einen Rechtsklick machen, dann wird das hier eingeblendet. Also auch so ähnlich, wie man es eben von einem Computer bzw. einem Mac kennt. Und wenn ich länger draufklicke, dann passiert genau das gleiche, wie wenn ich mit dem Finger länger draufbleiben würde. Beim Control Center möchte ich euch auch nochmal kurz zeigen, wie sich der Cursor an die verschiedensten Buttons hier anpasst. Und nochmal, das macht es dann einfach angenehmer, hier die Buttons auszuwählen. Und wenn ich da auf ein Feld draufklicke, dann hat das denselben Effekt, wie wenn ich mit dem Finger länger draufbleiben würde. Denn dann komme ich in diese Untermenüs immer weiter hinein. Ihr habt also jetzt sehr vieles mit dem Magic Trackpad gesehen, ich möchte euch aber mit der Magic Maus auch noch ein bisschen was zeigen. Auch die müssen wir natürlich zuerst mal hier verbinden. Läuft genauso wie beim Trackpad ab und sobald sie verbunden ist, kann ich sie dann auch schon direkt benutzen. Wir sehen jetzt auch, dass unter Allgemein der Punkt Trackpad in Trackpad und Maus umbenannt wurde, ebensobald dann auch eine Maus dazugekommen ist. Da kann ich dieselben Einstellungen vornehmen wie beim Trackpad vorhin. Ich habe jetzt hier noch auch den Punkt Sekundärklick bei der Maus. Ich kann also zum Beispiel hier den klassischen Rechtsklick einführen, wenn ich möchte. Scrollen kann ich hier ganz normal, wie ich es auch vom Mac kenne. Auch da kann ich die Scrollbewegung invertieren, wenn ich möchte. Und mit diesem Sekundärklick oder Rechtsklick kann ich dann diese Menüs hier einblenden. Genauso wie ich es ja vorhin am Trackpad mit zwei Fingern gemacht habe. Ich kann auch nach links oder rechts wischen, um zwischen den Seiten auf meinem Homescreen zu wechseln. Auf dem Trackpad würde ich das dann einfach mit zwei Fingern machen. Ich kann mit einem Finger nach unten wischen, um die Spotlight-Suche einzublenden und dann wieder mit dem Finger nach oben wischen, um das wieder auszublenden. Um den App-Switcher einzublenden, gehe ich mit dem Cursor an den unteren Rand des Displays und ziehe die Maus dann noch weiter nach unten und dann wird mir das hier eingeblendet. Ich zeige es euch ganz einfach nochmal. Das heißt, Maus nach unten bewegen, weiterziehen und dann wird der App-Switcher eingeblendet. Ja, so sieht also die offizielle Maus- und Trackpad-Unterstützung unter iPadOS 13.4 aus und ich muss sagen, es gefällt mir schon wirklich sehr gut, so zumindest mein erster Eindruck. Bei der Gelegenheit möchte ich euch auch das neue Magic Keyboard zeigen, das Apple gemeinsam mit dem neuen iPad Pro vorgestellt hat. Ich bin jetzt hier auf der Apple US-Website und kann hier unter der Übersicht vom iPad diese AR- oder 3D-Objektansicht einblenden. Und hier sehen wir sehr schön dieses neue Magic Keyboard für das iPad. Was dabei besonders interessant ist, ist, dass das iPad in der Luft steht, also schwebt könnte man sagen, und ich dabei auch den Betrachtungswinkel vom Display beliebig verstellen kann, wie man sie auch von einem Computer kennt. Gleichzeitig funktioniert das Ganze auch wie bei einem Smart Keyportfolio, das heißt, ich kann das iPad dann einfach so zuklappen und es wird von beiden Seiten geschützt. Die Tastatur besitzt dabei auch eine Hintergrundbeleuchtung, genauso wie wir es von den MacBooks kennen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Und mit dem eingebauten Trackpad hier kann man dann eben all das machen, was ich gerade in diesem Video mit dem Magic Trackpad gezeigt habe. Das Magic Keyboard kommt laut Apple im Mai und wird auch mit den iPad Pro Modellen von 2018 kompatibel sein. Die Performance empfinde ich unter iPadOS 13.4 weiterhin sehr gut, ich würde sogar sagen, gewohnt gut, denn auch unter vorherigen iPadOS-Versionen war ich in der Hinsicht eigentlich sehr zufrieden. Das Update bringt natürlich auch ansonsten die üblichen Verbesserungen im Hintergrund mit sich, das heißt, es gibt hier auch viele Fehlerbehebungen bezüglich Erinnerungen-App, Mail-App, Fotos, App, Kamera und so weiter. Genauer werde ich aber auf diese Dinge in meinem iOS 13.4 Video eingehen, denn da zeige ich euch dann alles, was sowohl iPhone als auch iPad betrifft, vor allem aber auch natürlich, was nur das iPhone betrifft. Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angekommen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wird von mir übrigens auch bald Videos zum neuen iPad Pro geben und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt in die Kommentare und ich antworte euch wie immer gerne drauf. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann klickt auf Abonnieren und ihr könnt mir auch sehr gerne auf Facebook, Instagram und Twitter folgen, Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.